Start für die Neujahrstreffs 2020 der Handelskammer Bozen. Das Motto dieser neunten Ausgabe lautet Menschen und Güter in Bewegung. In Schener, Bozen und Findel treffen sich Südtiroler Unternehmer und Unternehmerinnen, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Die Südtiroler Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, neue Trends im Tourismus, der Wunsch nach Nachhaltigkeit, der öffentliche Nahverkehr und das steigende Mobilitätsbedürfnis oder die Digitalisierung, um nur einige zu nennen. Gestern fand der erste der drei Neujahrstreffs im Hotel Schener Ressort statt. Der Fokus lag auf der Bedeutung des Tourismus für die Südtiroler Wirtschaft. Die Mobilität wird sich am schnellsten und deutlichsten in den großen Städten, in urbanen Räumen verändern, wo ja auch viele unserer Gäste herkommen. Insbesondere die jungen Leute verändern ihr Verhalten. Sie besitzen keinen eigenen Pkw mehr. Viele machen auch gar keinen Führerschein mehr. Stattdessen benutzen sie dann öffentliche Verkehrsmittel in Kombination mit privaten Verkehrsangeboten. In Zukunft wird durch die neuen Technologien, insbesondere natürlich durch das Autonoma-Fahren, auch hier nochmal zusätzliche neue Angebote entstehen, die dann den Markt auch nochmal verändern. Immer wieder ist darauf hingewiesen worden, wie wichtig es sei, eine schnelle nationale und internationale Anbindung Südtirols zu garantieren. Außerdem brauche es neue und innovative Verkehrskonzepte für die erste und letzte Meile.